Heute bin ich im Restaurant The Room im dritten Bezirk bei den Sophienseelen. Der Chef des Restaurants, Joachim Bankl, wird etwas ganz Besonderes für uns auf den Grill legen. Eine Bio-Weidegans und hat ein Gewicht von 3,8 Kilo. Das ist jetzt die Abschropftasse, die kommt ganz unten, neben der Kohle, am Boden stehend, platziert. Extrem wichtig ist, dass die Gans eine gute Temperatur, also wir sagen der Zimmertemperatur, so 20, 21, 22 Grad herum. Wir haben hier 3,8 Kilo, wie schon vorher erwähnt, also werden wir hier auf 4 Stunden gehen. Man rechnet ca. pro Kilogramm eine Stunde bei ca. 180 Grad. Gefüllt wird die Gans heute bei uns mit Maronis, Äpfeln, Orangen und zwei speziellen Gewürzen aus dem Room-Garten und die Gewürze sind natürlich ein bisschen ein Room-Geheimnis. Sagen wir nicht weiter. Jetzt geben wir die frischen Maroni dazu. Mein Küchenteam hat ja gewusst, dass heute der Chef höchstpersönlich hier im Room kocht und natürlich haben sie schon die Innereien entfernt und haben natürlich die ganze Gans sauber gewaschen und geputzt. Innen wird natürlich die Gans mit unserem Room-Spezialgewürz noch eingerieben. Bevor unsere Gans am Grill kommt, kommt das Schwierigste. Sie wird jetzt von mir gefüllt. Als erstes da bin ich mal hinten zu, da gar nichts mehr rausfallen kann. Jetzt tun wir auch noch die Haxel nach oben binden und am Schluss, das mache ich immer ganz gerne als Sicherheit, gebe ich noch einen Holzspieß rein. Jetzt stellen wir die Gans schön auf unseren Grill, der hat jetzt knapp über 180 Grad im Moment. Entweicht natürlich die Temperatur, wir werden sie dann wieder schließen und die Temperatur halten, indem wir auch immer wieder Kohle nachlegen. Unsere Hühnersuppe, die verwenden wir jetzt zum Bestreichen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Grillen hat viel Spaß gemacht. Nach vier Stunden wird die Ganze nun zerlegt. Wie ihr gesehen habt, es ist ganz einfach eine Ganze am Grill zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen.